Weil, ähm... Hör doch mal auf, akzeptier doch das... AUF! Ah! Nein! Du schaust! Ach, Quatsch, Alter! Ey, mach dann, zieh deine Hose aus! Hallo, herzlich willkommen! Wir sind in der finalen Folge! Hast du Spaß zu schalten? Nein! Wir sind nicht in der finalen Folge! Doch! Hör doch mal die Mucke! Hör doch mal die Mucke! Also, Kapo ist am Apparat, nicht beim Playpeat. Und ähm, diesmal ganz sicher letzte Folge. Digi, kannst du einmal einfach ruhig sein und die Musik auf uns wirken lassen? Ja. Du musst da hochgehen, du Frost, ne? Du musst in andere Richtung. Du hältst dich ja in Sachen auf, die überhaupt... Sag doch mal ruhig! Wir wollten in diesem Moment einfach mal mit den Zuschauern zusammen genießen. Weil, ich hab ja mal gelesen, einer hat geschrieben, er hört uns zum Einschlafen. Er schaut uns zum Einschlafen. Ich weiß nicht, ob das gut ist... Das heißt, er schaut nicht zu, er hört uns nur zu. Ja, er hört uns nur zu. Das interessiert ihn überhaupt nicht, wie wir spielen. Ja. Wer war das denn? Aber vielleicht ist es auch besser so. Wer war das? Den melden wir ab. Den schmeißen wir raus. Nee. Ey, wir können ja mal so einen Podcast machen. Einfach vier Stunden labern. Ja, Bock auf nen Talk. Habt ihr mal Bock auf nen Talk? Bock auf nen Podcast? Bock auf nen Podcast? Bock auf nen Podcast. Stimmt. Können wir schon machen. Also okay, Hashtag des Tages ist jetzt schon mal. Bock auf nen Podcast. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt's rein, dann mobilisieren wir alle fünf. Nee, ohne Chubby bitte. Wir mobilisieren alle Leute und dann talken wir. Und die Themen könnt ihr vorher... Aber weißt du, wen wir dabei haben sollten? Daddledude. Ja, sag ich doch. Deswegen sag ich doch fünf. Achso. Was mit Mike? Du hast Mike vergessen. Ja, Mike hat grad ganz andere Programme. Ja. Das werden wir übermorgen wieder sehen. Dann wird auch so nur über seine Probleme sprechen und so. Nee. Hey! Da ist er wieder. Digi? Ist das jetzt die finale Sequenz? Nein. Nein? Nein. Oder meinst du, wir sind im Turm? Im Turm? Ja, ich glaub wir sind im Turm. Kumbaya, mein Lord. Kumbaya. Kumbaya, mein Lord. Kumbaya. Ja! Kumbaya, mein Lord. Kumbaya. Wir gehen ins Licht. Es ist so klar. Diese Folge dauert nur zwei Minuten, denn das ist das Ende. Lalalalalalala. Wir haben's geschafft. Es geht mir zwischen The Cans. Ein Wunder erwarten. Es ist jetzt erst Halbzeit. So, jetzt lösen wir auf. Jakob, was ist los? Ey, du kommst mit links hier, kannst du irgendwas machen. Dad? Dad? Das wird die kürzeste Folge. Was sagt sie? Hey? Sieht mal sein Gesicht. Jetzt, oh Gott. Jetzt wird uns alles klein sein. Nein! Ich, Daddy! Daddy! Oh Gott. Wieso ist Daddy so schwarz? Sieht gar nichts. Ah, da haben wir den Umhang. Nein. Verstehst du? Ja. Wir jagen einem Gespenst hinterher. Ja, unserem Vater. Jakobs Papa. Du warst nie von mich da. Vater! So, das war ganz eine nice Folge. Sag mal was noch. Jetzt ist gerade fast forward, nur damit du es weißt. Jetzt gerade ist fast forward? Jetzt ist fast forward. Ach, das ist fast forward. Fühlt sich komisch an, ne? Das hört sich ja komisch an. Warte mal, kann ich mal kurz meine Stimme ausprobieren? Ja. Das ist interessant, oder? Mach ich auch mal. Das ist so hart. Wenn ich das ausprobiere, versuche ich ein bisschen tiefer zu sein. Ja. Sehr hoch. Oh, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Alter, wir reiten auf der Kugel. Okay. Wir reiten geschwind ins Morgenland. Alright. Warte mal, das geht jetzt weiter. Ich spring jetzt nicht. Soll ich springen? Nein. So. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ja. Ich hoffe so derbe, dass wir unseren Vater wiedersehen. Warum? Ja, weil das wäre ein Happy End. Wir haben doch den Umhang von ihm. Ja, den Rest. Er hat ja noch seinen anderen Rest. Der ist nackig ins Meer gefallen dadurch. Na ey, wir haben doch nicht den ganzen Umhang. Der hat doch noch viel mehr gehabt. Was hat er denn? Geld? Rest. Warum haben wir das Geld nicht genommen? Den Umhang? Geld? Ja, weil wir brauchen noch Geld zum Überleben. Hier? Hast du irgendwas gesehen, wo man mit Geld bezahlen kann? Ja, immer mal Sachen anschreien. Ah, runter auf die Knie. Oh, nett. Nice, danke. Ganz nicer Move. So. So. Okay. Alles klar. Lass mal ganz die Lage checken. Jetzt checken wir mal ganz kurz die Lage. Also. Finale. Können wir ja wohl getrost mal vergessen, dass es sowas wie ein Finale gibt. Achso, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe aber auf die Uhr geguckt. Es ist aber auch ein langes Spiel. Aber es ist cool. Langsam macht das alles Sinn. Ich komme nicht hoch. Langsam macht es Sinn? Ich finde langsam macht Sinn, warum er hier auf der Suche ist. Er ist nämlich auf der Suche nach. Daddy. Oh, Daddy. Oh, Daddy. Der geht nicht so in Daddy. Okay, sorry. Warte mal. Der geht da lang. Dann nehmen wir die Abkürzung. Regen finde ich jetzt nicht so geil. Das nervt. Ja, das stimmt. Schlechte Stimmung. Ich weiß nicht. Ich bin nur so wetterfühlig. Echt? Ich bin wirklich wetterfühlig. Ich auch. Wenn es Regen ist, dann würde ich mich am liebsten umbringen. Aber mach das nicht an einem Montag, sondern warte bis Dienstag, weil das ist der produktivste Tag. Bestimmt. Bei Rocket League haben wir diesen Fakt mal rausgehauen. Tja, was musst du jetzt machen? Du musst in andere Richtung. Ja. Ja. Ich laufe hier rum, weil ich's kann. Lalalalalalalala. Ich laufe hier rum, weil ich's kann. Lalalalalala. Wieso singen wir eigentlich immer? Hey. Warte mal. Aber hier. Die machen gar nichts. Wir trauen sie nicht, weil wir eine geile Armee haben, Alter. Was wollt ihr, Alter? Was? Was los, Digga? Jetzt guckt ihr dumm, ne? Na, ich weiß das gar nicht so genau, was da nicht mit denen los ist. Was los, Leute? Ahn mal. Irgendwie, irgendwie ist irgendwas... Ah, Fuxi! Ah, Fuxi! Guck mal, aber das ist super grad, denn... Wollt ihr grad spielen auf dem... Was wollt ihr spielen? Ja, genau. Danke, Fuxi, dass du da langläufst und ich muss hier außen rumlaufen. Ja, Treppen... Bist faul, oder was? Fuxi, ich bin natürlich wie Chubby Chung, Alter. Wir haben mit so einem scheiß Lift, ey. Ich mag ja auch keine Spiele, wo man viel laufen muss, ne? Das ist auch das Ding, ey. Er mag ja in real life nicht laufen und bei Spielen nicht viel laufen. Ja. Übrigens, äh, diese Figuren, ne? Die erinnern mich ein bisschen an Chubby. Was ist jetzt los? Der Chubby hat ja keine schlanken Beine. Nee, ohne die Beine halt. Wieso? Einfach ohne Liebe. Genau, dann ist es Chubbys Figur. Komplett. Wir haben es aufgemacht. Und dann hat er sich aufgemacht. Da oben ist der Fux. Da oben ist der Fux. Hast du ihn gesehen? Andere Richtung. Da oben steht er. Da oben war er eben, auf diesem Ding. Kannst du da hochklettern? An dem Ding? Nee, ne? Andere Seite? Ja, da nochmal gucken. Nee, kannst du nicht. Aber er war auf jeden Fall ganz oben drauf. Dann gehen wir hier lang, hier saufen. Ja, ja. So. Worüber wollen wir mal reden? Da kommen wir nicht hoch. Worüber wollen wir reden? Wir wollen das Spiel durchspielen. Ja. Ja. Na, da kannst du nicht hoch. Sag mal, bist du dann völlig... In den Apache-Besetzung. Du bist von allen guten Geistern verlassen. Da kannst du nicht hoch. Iggy. Du, ich werd langsam aggressiv. Soll ich dich mal an die letzte Folge erinnern? Ja, kannst du. Wenn du stümperhaft versucht hast. Kannst du, erinnere mich doch. Warte mal, der steht da. Warum steht er da? Ah. Danke. Und wackel. Nicer Dude. Nicer Move. Nicer Dude. Ganz eins, nicer Move. Nicer Dude. Lauf. Kraxel. Hoch. Was? Hat mir gesagt, dass ich ja im Controller bin. Vielleicht habt ihr schon gemerkt. Ja, das ist... Merk drum. Blinder. Uuuuh. 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 Chameleon. Uuuuh. 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 Richtig schmeidigen, schönen Song. Tja, kein Problem. Warte mal. Wo ist denn jetzt das nächste, wo wir hin müssen? Weiß ich nicht. Ich bin noch an allen vorbeigelaufen. Das war eben so easy, ne? Und auf einmal... ...geben sie nochmal Gas. Also ich muss zu diesen Punkten am Himmel, ne? Richtig. Wo ist denn der nächste? Ist doch scheißegal, geh zu irgendeinem. Du kommst... Ja, genau. Aber das Problem ist, du musst da irgendwie an diesem Ding hoch. Was soll das hier zum Beispiel? Wo ist denn jetzt der nächste? Ich hab ihn doch eben gesehen. Ja, genau. Da oben? Hm? Da oben drauf. Ach, hier kannst du hoch. Ja, hier geht's. Hä? Oder warte mal, jetzt wird's wieder... Warte mal, stopp mal, stopp mal. Spring auf den anderen, da rüber. Ne, warte mal, da oben ist es doch, oder? Ja, aber du kommst da nicht hoch. Was ist da hinten auf der anderen Seite? Ne, aber du kannst über diese Dinger hoch irgendwie. Ja, ja, ja. Ah, ja, okay, perfekt. Yay. Und nochmal. Yay. Oh, Zuschauer, Alter. Ihr glaubt nicht, was hier los ist. Hey, oh Gott. Ich weiß nicht, sind wir noch... Da rüber, rüber, rüber. Ne, sind wir nicht mehr. Hoch, irgendwas machen. Keine Ahnung. Hey. Hey, hey. Und jetzt... Alter, was für ein mieses Rätsel. Ne, andere Seite. Ja, und jetzt springen wir zum anderen Ding rüber. Noch ein Stück. Ja. Sauber. Und jetzt da rüber, zum anderen Ding. Ja. Genau. Hüpf. Jupp. 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 Ach, wir haben das Gamepad gewechselt. Ne, rüber. Wir haben das Gamepad gewechselt. Jupp. Aus ganz speziellen Gründen. Jupp. Und jetzt da rüber. Ja, ist ja gut. Ich weiß, wo ich lang muss. Jupp. Und jetzt hier hoch. Ja, ich weiß es. Und hoch. Jupp. Und drüber. Jupp. Und hoch. Jupp. Und hoch. Jupp. Ja, ich weiß. Und Puxi ist da. Ja, da ist sie so. Ach Gott. Meine Frischen. Vor allem, das geil ist, ich habe das Gamepad übernommen und sofort lief der Scheiß. Du weißt es selber. Das weiß ich selber. Das ist so wahr. Ich habe dir doch gerade die Lösung gesagt. Ist da ganz hinten der andere Laser. Willst du mich verkacken? Digi, es sind noch mehrere Laser. Es sind noch zwei Laser. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. So, mach mal. Ja, und was? Okay. Ja, runter. Nein! Ja, ich weiß es. Mein Gott. Ja, wie? Oh Gott. Mein Gott. Mein Gott. Dein Gott ist nicht mein Gott. Meine Mama. Ich bin schon wieder auf die Fresse gefallen. Ähm, weißt du, was schön ist, dass wir uns das in voller Länge angucken? Nein. So, 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 so. Hopp. Super. Wo ist denn der nächste? Da hinten. Mhm. Das ist immer gut, wenn Pidi das Gamepad in der Hand hat. Weil, ähm, hör doch mal auf, akzeptier doch das. Au! Ah! Nein! Ach, Quatsch, Alter! Ey, mach, mach dann, zieh deine Hose aus. Auf gar keinen Fall. Zieh deine Hose aus. Warte, was willst du für einen Eindruck erwecken hier? Zieh deine Hose aus. Ja, ich will, weil ich hier... Lass mal ein bisschen rumplayen. Ich sitze in einer kurzen Hose und du hast mir gerade das iPhone-Kabel... Weil du sitzt in einer Unterhose? Nein, kurzer Hose ist ein Unterschied. Ja. Du hast mich ausgepeitscht, Alter. Und, womit? Mit Recht. Was denn das hier? Ja, mach mal an. Jetzt los. Weiß ich nicht, was denn jetzt passiert? Ja, jetzt geht die Tür auf, oder was? Alter Schwede. Oh, ich muss niesen, glaube ich. Ja. Schau ins Licht. Danke. Da ist der Nächste, ist der Easy. Ja, hier hoch. Also, wenn du das Gamepad in der Hand hättest, wäre es wahrscheinlich nicht easy. Aber jetzt ist es... Für mich ist alles... Liebe Zuschauer, wie würdet ihr mit so einem Mobbing klarkommen in der Schule? Wenn ihr so einen Typen habt oder auf der Arbeit... Ihr könntet Chubby Chang nicht so ein Domian-Ding machen. Ey, ich weiß, was mir auffällt. Du bist ganz schön hart am Mobben, ne? Wegen Chubby? Ja. Das hat aber eine Vorgeschichte. Okay, was ist die Vorgeschichte? Er hat angefangen mit komischen Geschichten, die erzählt hat. Du musst das unten noch aufmachen. Da unten ist doch so ein... Wo unten? Schloss. Da, genau. Ähm... Er hat mit komischen Geschichten über dich angefangen. Stimmt, er hat erzählt, was deine Jobs sind, ne? Das ich... Ja, das ist nicht ganz dicht. Stimmt, er hat damit angefangen. Er hat angefangen. Das ist das Ding. Das schnallt ja keiner. Das weiß ja keiner. Hä? Warte mal, stimmt. Das war eine Folge, wo er erzählt hat. Was hat er denn mal erzählt, wo du arbeitest? GQ, ne? GQ. Aber alles. Neues hat er doch auch wieder irgendwas erzählt. Ich... Achso. Ähm... Weiß ich gar nicht mehr genau. Er hat Schmiede irgendein Gerücht in die Welt gesetzt. Ja. Und deswegen kriegt er sein Fett weg. Alter Schmiede, ey. Aber in echt, liebe Zuschauer, haben sie sich glaube ich lieb. Ja. Hoffe ich zumindest. Das hoffe ich nicht. So. Was passiert jetzt? So, jetzt stürzt das Ding ein. Ja. Ja? Und dann, gehst du da durch. Ach, muss hier noch rüber, ey. Können wir nicht einfach einfach... Können wir es nicht einfach einfach... Machen? Okay. Sauber. Sauberhaft. Gell, dass du das Gamepad übrigens abgegeben hast, weil du wusstest, dass du hart suckst. So wie deine Mutter? Haha. Das war alles. Warum bringen wir die Familie mit ins Spiel? Weil das eine True Story ist. Haben wir noch so einen Laserpunkt oder was? Ja, einer ist noch da. Wo ist denn der? Äh, genau dahinter. Boah, das ist der weiteste Weg. Ist ja immer so der Letzteste oder der Weiteste. Oh Gott, oh Gott. Alter. Suizid. Ey, so wie vorhin die Suizidtaube, ne? Suizidtaube? Ach ja, wir hatten vorhin die Suizidtaube gesehen. Äh, Alter. Wo ist er? Da war so ein alter Mann, der stand auf der Straße drumherum, wollte nicht wegfahren. Ja. Und Peter ist richtig aggressiv geworden und wollte ihm eine reinhauen, glaube ich. Du bist aggressiv. Ich war super gechillt. Und dann ist er ausgestiegen und dann hui gemacht. So wie er hier das Licht anmacht, so wie Jakob das Licht anmacht und dann spielt, hat er hui gemacht und dann ist ein Tauber da weggeflogen. Die hat sich da auf die Straße gelegt und wollte einfach gekillt werden. Wollte was gemacht werden? Gekillt werden. Oder gekrault werden. Oder gegrillt. Oder gegrillt. Ja, weil dir so kalt ist, ne? Das ist ja sehr fetisch. Bitte grillt mich heute. Bitte grillt mich hart. Ist das der Hashtag des Tages? Nein, wir hatten ja schon welche. Hartgrillen? Wir hatten schon welche. Aber das ist doch... Wie gehst du auf mit diesen ganzen Hashtags? Hashtag Hartgrillen ist jetzt der Hashtag. Auch. Zusatzhashtag dann. Hart wie in englischen oder hartdeutsch? Was ist mit Tee passiert? Bist du hingefallen? Nee, Hart. Mit Tee. Oder Hartz. Hartzgrillen? Hartzgrillen wäre ja dann so irgendwie... Hartzgrillen. Weißt du, so ein Einweggrillen, ne? Genau, richtig? Nee, ach so, du meinst Hartz 4 Grillen? Ja. Nee, ich mein Harz. Das ist Harz aus dem Harzwald. Du meinst nicht den Käse, ne? Den Harzer. Der Harzer Käse, doch auch gut. Nee. Moment, esse ich keinen Käse. Ja, sieht man. Hä? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was dein Hirnmlecht ist. Wegen der Gesichtsfarbe, oder was? Wieso, wie ist denn deine Gesichtsfarbe? Ja, nicht so wie deine. Soll ich mir mal sagen, wie wir aussehen, von den Gesichtsfarben her? Wieso? Du siehst deine Unterhose, oder deine... Was ist das? Deine dritte Hose. Was redest du denn eigentlich? Warum rede ich eigentlich mit dir? Ja, weil das ein Display ist, wo man auch talkt. Ja. Also talk, talk, talk. Lassen wir jetzt hier Real Talk machen, Adi. Ja. Sag mal, was Phase ist. Wie meinst du das? Ja, Real Talk, was ist Phase? Adi, wo willst du hin? Ja, ich dachte, dann kann ich ja unten lang, aber kann ich ja nicht. Was ist Phase? Phase? Mhm. Im übertragenen Sinne, genau. Bei Audio gibt's auch irgendwie Phasen. Ja, aber was für eine Phase hast du gerade? Ähm... Ich hab' ne gute Phase. Richtig gut. Hä? Hast du ein Ziel? Ja, den Laserstrahl. Vollhorst. Vollhorst, scheint irgendwie mein Lieblings aus, dort zu sein. Ich weiß nicht warum. Was? Hashtag, oder was? Nein, nicht noch ein Hashtag. Das ist mal gut, Alter. Hashtag süchtig, Alter. Alter, ich bin so derbe Hashtag süchtig, ey. Von aller... Da oben muss man jetzt vom allernicesten... Okay. Da, ne, über die Seite, guck mal. Na? Rechts über die Seite, da kann man sich so langhangeln dann. Wo kommt man denn da hoch? Ah, hier vielleicht. Ach so. Ja. Saubär. Ach, wie lange geht die... Oh! Na, bis du alle vier geschafft hast, geht die noch. Okay. Oh Gott. So. So, was passiert, was da durch? Passiert jetzt vor allem das? Oh, ach du Scheiße. Ah, die Brücke... Ah. Die Brücke stürzt ein. So. Hä? Wie ein Pitchy-Pitchy-Nase, ey. Oh, das ist ja assig. Äh! Was ist da? Hä? Was ist da? Äh? Was ist da? Los mit dir. Ich dachte, du gehst da nochmal oben rein. Äh! Du, du, du! Da, da, da! Da, da! Dda d OFie Boden dran! inte Pokemon Aber du! Do, du, du! Dda, da! Da-da! Ta-pa-pa-pa-pa-pa-pao! Bog aufm game! Yay, wir haben alleівee geschafft! Wuppumi! Wuppensack... Und mit diesem wunderbaren Spektakel, wä! An das jetzt kommt... Sagen wir not! Wieaaaaaaaa! Das heißt, du musst da hinten gleich ganz hin, Kapo! Nee, in der nächsten Folge seht ihr wieder Playpeak & Controller. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gar nichts mache ich, gar nichts. Ich werde nichts mehr in diesem Kanal machen. Trademark von El Capitano. Tschüss, bis zum nächsten Mal.